Wie breiten sich Coronaviren in Innenräumen aus? Diese Frage versuchen Wissenschaftler weltweit zu beantworten. Japanische Forscher haben nun mit Supercomputern verschiedene Szenarien simuliert und dabei neue Erkenntnisse gewonnen. Demnach ist das Ansteckungsrisiko bei trockener Luft doppelt so hoch als bei feuchter Luft. Luftbefeuchter seien also sinnvoll, wenn im Winter Lüften nicht möglich ist. Die Studie ergab außerdem, dass Menschen mit Visieren deutlich mehr Aerosole verbreiten als Menschen mit Stoffmasken. Wenn Menschen an einem Tisch sitzen, geht von den Sitznachbarn ein höheres Ansteckungsrisiko aus als vom Gegenüber. Für Chöre empfehlen die Wissenschaftler, die Zahl der Sänger zu begrenzen und den Abstand zwischen ihnen zu vergrößern. Wissenschaftlern zufolge wird das Coronavirus hauptsächlich über kleinste Tröpfchen übertragen, die beim Sprechen, Singen oder Niesen ausgestoßen werden. Diese sogenannten Aerosole können bei ruhiger Luft für Stunden im Raum schweben. Wer sie einatmet, kann sich mit dem Coronavirus infizieren. Petra Boxen 2 3 3 4